hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen dieser dad video auf meinem kanal heute unschwer zu erkennen mit dieser mama aber vor allem noch mit dieser tesla und white tesla denn wir heute was ganz spezielles vor diese mama ist gerade viel unterwegs und deswegen braucht es ja ein mietauto und der gute chris aus konstanz der verleiht ein weißes tesla model 3 und das hat er uns freundlicherweise zur verfügung gestellt long range performance dual motor also alles was genau dual motor long range und performance 75 kilowattstunden kapazität genauso wie unsere wir hatten gedacht wir probieren mal so ein bisschen rum verbrauch geschwindigkeit tempo testen und ich glaube bevor die jetzt total kalt wird hier setzen uns mal eins von den beiden rein ja ja an der stelle erstmal noch mal ganz herzlichen dank an den chris von white minus tesla.com dass er uns dieses model 3 hier zur verfügung gestellt hat diese mama braucht im moment gerade für längere zeit ein auto weil sie viel unterwegs ist und da war das natürlich eine super gelegenheit vielen vielen dank und so können wir auf dieser start- und landebahn gleich noch ein paar tests aus ausprobieren du bist jetzt schon eine ganze weiter damit gefahren wie ist dir so gegangen ich finde jetzt den unterschied im alltagsbetrieb ich bin den jetzt viel im lässig mode gefahren nicht nicht wirklich relevant oder nicht zu merken na gut mit lässig ist jetzt dann auch gleich vorbei aber ich fahr egal ob jetzt meinen oder den hier ich fahr den weil ich von a nach b kommen muss und klar wenn ich da irgendwie auf einer ausfahrt mal auf die autobahn muss und da mal kurz aufs gas drücken kann damit ich an dem lkw noch rechts vorbeikommen gut und ist es ja genau so ein schönes auto wie unsere also es ist ein genauso schönes auto wie unsere es hat auch noch ein weißes interieur ist noch schöner und ich würde mich fürchten wenn ich ein weißes interieur in meinem auto hätte ich würde mich nicht mehr mit der jeans reinsitzen trauen ich würde mich vor allen dingen ich brauche auf jeder autofahrt einen erdnuss schokoriegel grüß für mal weg nicht gut auf weißen leder sitzen oder ihr kennt vielleicht den technik youtuber felix bahr der hat sich auch einen gekauft mit weißem interieur da habe ich gerade kürzlich gesehen der hat also gezeigt wie man mit so baby wischtüchern also nicht mit ölgetränken sondern normalen auch solche sachen ganz gut wieder weg kriegt offensichtlich sind die ganz gut zu putzen ich wisch meinen tesla nicht eine sache die wir schon bei der herfahrt festgestellt haben wir sind ja so 35 kilometer angereist hierher immer hintereinander gefahren also praktisch immer genau gleich gefahren und da war doch gleich schon zu sehen dass meiner 22,6 kilowattstunden auf 100 verbraucht hat also unsere ja also unser genau aber heute meiner und dieser weiße schöne hat 26 kilowattstunden verbraucht praktisch bei genau der gleichen fahrt genau wir haben heute drei grad 34 grad wir haben ziemlich starken wind wir sind gefahren hier den berg hoch also haben ein paar höhenmeter überwunden und wir sind autobahn gefahren und auch mal 150 so also wir haben schon wir können können jetzt nicht auf den typischen durchschnittsverbrauch kommen der hier glaube ich bei 18 liegt und bei uns bei 15 der offizielle das ist schon klar aber man hat doch gemerkt dass der eindeutig mehr verbraucht jetzt schauen wir mal wie das ist wenn wir jetzt mal ein bisschen treten machen wir zwei drei start hier auf von 0 auf 100 ok also viel spaß und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, ich gebe zu, du warst schneller. Das hat man, glaube ich, gesehen. Also, wie war es? Beim ersten Mal, also wir haben das ja zwei-, dreimal gemacht. Beim ersten Mal habe ich mich ganz ehrlich nicht getraut, weil ich den Eindruck hatte, mir würde schwarz vor Augen werden. Da bin ich wieder auf den Gas gegangen irgendwie bei 90 kmh. Beim zweiten Mal habe ich nicht ganz durchgedrückt. Ey, du warst jedes Mal viel schneller als ich. Und beim dritten Mal habe ich dann durchgedrückt und habe praktisch, als ich das erste Mal auf den Tacho geguckt habe, war ich schon bei 100 kmh. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, ich hatte keine Chance. Ich habe dafür viel weniger Ladung verbraucht. Also, man sieht hier bei deiner Verbrauchsanzeige, dass der Verbrauch praktisch permanent über 600 kmh geht. Über 600 kmh? Also, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, er stößt da oben an, praktisch wie so eine verzerrte Audiokurve. Bei mir ist es vielleicht immer zwischen 400 und 500 und mal im Peak-Bereich vielleicht auch bei 600 gewesen. Und bei dir stehen 40,3 im Durchschnitt als Durchschnittsverbrauch auf die letzten 10 kmh jetzt. Und bei mir sind 27,9 im Schnitt. Also, das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Insofern kann man sagen, auf jeden Fall schneller ist der hier und ein bisschen sparsamer ist der andere. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass man hier ein bisschen mehr vielleicht von den Motorgeräuschen vorne hört. Aber das ist minimal. Ansonsten sind es einfach beides wunderschöne Model 3. Also, ich könnte jetzt von der Lautstärke keinen großen Unterschied ausmachen. Ich habe wirklich hingehört. Aber das ist einfach... Also, ich bin und bleibe ein großer Tesla-Fan. Ob der jetzt alles angetrieben hat oder nur eins. Und solche Übungen machen wir natürlich normalerweise nicht. Das sollte man ja auch nicht machen mit den Autos. Das machen wir jetzt für euch. Für dieses Video, damit ihr das auch mal seht. Weiß gegen schwarz, diese Mama gegen dieser Dad. Wir haben natürlich gefragt. Genau. Herzlichen Dank nochmal an Chris von wild-tesla.com, dass wir dieses Auto hier bekommen haben. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne, was ihr sonst so sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Das war es mit dieser Mama. Und dieser Dad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.